um peter mir leubige r.a. alle schön zu Papa aaaaaaah Scheiße, okay war ne dummidee oh fuck 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 Alter wie viele das sind ey Alter ich schlag einfach noch blind um mich Ah das ist ganz viele Blöcke hier, das gefällt mir Wuscht und brauche besser was da flackt Okay wir haben noch Diamantose Moment ich kann es mir... ach scheiße Der Drache war im Haus Der Drache war im Haus Das regt doch so auf Alter scheiße man ich bin jetzt schon Level 6 ey Ich bin wieder gestorben Ich hab noch keinen Oh Ich hab grad wieder in Drache erwischt aus Versehen Ist doch gut Der hat mir ein bisschen Schaden gemacht Der Schaden ist eigentlich ganz ordentlich Wenn ich wo da rein geht Ja Find ich auch Und alle her Endermans Das ist das ist was ich jetzt mach Wollte ich einen Diamant-Hut machen Hehehehe Jukebox Oh ne ich mein das ist doch ein Noteblock oder? Ne ich Jukebox fast Ich weiß schon gar nicht an wie Noteblocks gehen Ich weiß schon gar nicht an wie Noteblocks gehen So und wo ist jetzt mein Musikdisk da? Und jetzt kommt wieder coole Musikjaki Okay Ah Nein Höh Jetzt wollte ich nicht Nein Hose hab ich ja Wie geht nochmal Ja Die Musik ist geile die können den ganzen Tag anhören So Wo ist denn noch Ton? Wo ist denn noch unser Haus? Warte ich baue mal bei Bei unserem Haus baue ich mein so ein Diamant-Ding nach oben ok Nein Ich weiß schon Ja trotzdem lassen wir es immer finden Schön Ja Ich weiß schon Also Ich weiß schon Ja Ich weiß ja Was ist denn noch denn Jetzt wird schon leise die Musik Die sollten wir überall aufstellen Die Noteblocks Ok Da hinten ist noch mein Turm Oh Die sind sogar noch ein paar Hose Nein Wir haben Was haben wir? Wir haben kein Ding mehr Ja, Bücher sind noch irgendwo rum. Scheißdruck, ey. Verpiss dich, Enderman, verpiss dich. Verpiss dich, alter Junge, verpiss dich. Okay, hast du gar nicht Freunde, oder so? Oh, shit, ey. Ja, irgendwo sind noch Bücher, Yaki. Oh, ihr habt sich gerade angehört, als würde irgendwas brennen. Nein. 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 Ich hab drei Blöcke oder so zu wenig, aber nein. Boah, wie viel Kraft hat man noch mal Bücher. Äh, wie geil. Wudel, bludel. Ähm, drei Blätter. Einfach. Äh, neun Blätter, weil nicht. Neun Blätter, nicht voneinander. Oder drei Blätter, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben doch irgendwo Bücher. Ja, gib mir Musik. Ah, okay, ich hab's. Scheiße. Der Drache kam schon wieder rein. Shit. Na, haben wir noch Obsidian? Nicht, ja. Börst du ab? Ja, mach hier gerade. Ich brauch schon wieder Rüstung. Ich glaub, der Drache war schon wieder drin. Ja. War's kaputt? Ah, warte. Ich muss gucken. Nix wichtiges. Alter, das ist ein langer Kampf schon, ey. Naja. Also in der Richtung von den drei Riesentürmen, wo du von einem Turm zur anderen gebaut hast, da sind noch Turme. Von Boss. Ey, wo ist jetzt mein Buch hin? Ich glaub, so viel Turme gibt's gar nicht mehr, Yaki. Alter. Was geht jetzt? Todeslags. Und jetzt baut sich die Welt nicht mehr auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was geht jetzt? Aber ich kann's schaffen. Yaki? Der Sack ist gerade voll durch mich durchgeflogen. Das ist gut. Dann weiß ich das über die Losch. Oh, und nochmal. So ein Sack, ey. Hat er schon wieder unsere Base kaputt gemacht? Ich hab gerade das letzte Teil aufgebaut. Fick dich. Der ist durchgeflogen und hat alles am Arsch gemacht. Alter, Bitter. Ich glaub, ich glaub, da drüben ist der letzte Tomiaki. Oh, super, ey. Und dann gibt's auf die Fresse. Mach mal Schwerter und level die hoch. Ja, wie denn ohne leveling Teil da... Ja, boah, mach halt. Das ist alles für gut. Wir haben noch im Spawn. Wir haben noch im Spawn voll viel Obsidian. Auf dem Boden. Ja, eben. Nur alles abbauen hier. Ich hab elf Sekunden. Das sind 40 Sekunden, Alter. Die Ender, mein Regen, mich schon wieder auf. Die schicken einen so rum. Verpisst euch. Die wollen mich runterschicken. Die Endermans, die nerven so durchfühlen. Ich weiß nicht, aber es könnte sein, dass wir jetzt alle Tomi zerstört haben, Yaki. 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 Die Endermans, die sind scheiße, ihr habt keine Freunde. Sogar zwei stehen da noch. Yaki. Yaki? Ich hab hier schon zwei Turm, ey. Du bist doch, Enderman. Ich hab uns ein Levelraum gemacht, ein bisschen weiter unten. Okay. Ich glaub, es juckt den Drache nicht. Ich glaub, der... Wenn da jetzt drüben auch noch ein Tom steht hier, dann rasch dich aus. Ja, ja. Das war jetzt ein bisschen fake. Ist jetzt echt. So, ich glaub, ein paar hochgelevelte die Gewerzer. Ich scheide, dass ein Bogen nicht leveln kann. Hast du probiert? Ja. Okay, das da drüben juckt, mich mir jetzt mal gar nicht. Und es lags schon wieder. Yaki, probier ihn mal zu hauen. Ich glaub, ich seh die Bossanzeige gar nicht mehr. Siehst du noch die Anzeige oben? Ja. Ah, jetzt satze ich sie auch wieder. Okay. Das laggt. Ziemlich. Äh, ja, Yaki, ich glaub, alle Turm sind am Arsch. Okay, dann holen wir uns mal. Ja, da ist schon. Ich seh ihn schon. Du musst nicht zu welchen Bogen für mich. Ich kann hier einen mitbringen. Ja, ich kann hier mal. Alter, ich hab schon wieder zehn Enderman hinter mir. Daher kommt es auf mich zu. Ich hab ihn zwar gehauen, aber es hat gar nichts gebracht, weil ich keinen Schwertrusser hab. Hilfe, Yaki. Scheiße, wir haben noch keine Kästen mehr. Doch, klar. Viererzwanzig sind da noch einer drin. Alter, da war der Drache hinterweg. Sieht aus. Yaki, hinter dir. Boah, du Sack, warum bringst du die Mitte auf der Base? Ja, weil ich's nicht pack, allein. Ich hab kein Schwertrusser. Und das sind doch mal Kisten. Schau, hier. Drache kommt schon wieder he. Der hat die Tubebox kaputt gemacht. Heul, heul, rum, ey. Klar, heul ich rum, Mann. Ich hab ihn schon wieder heulich. Ich hör hier irgendwie noch fliecher. Arschfliecher. Haben wir noch Rafting-Tables? Mein Gott! Ah, Essen, Essen, Essen! Ja, ich glaube, er kann sich echt nicht mehr heilen. Oh, in Chupac geht nichts hier. Okay, jetzt fiechst er sich noch einmal herteleporten, ey. Ich scheiße, ich küsse. Okay, mein Lieber, die Füße. Hey, mein Zocker, ich will Arschen, du deinem Schlepptaus, küsse. Das weiß ich auch. Mann, ich bin gleich tot. Vielleicht doch nicht. Ja, das werden die ganze Zeit auf mich gehen. Vielleicht doch, trotzdem nicht. Ich schnauze, Mann. Also, ja, ich kann der finale Fight jetzt von hier mal sagen. Vielleicht. Das muss doch noch irgendwo mein Power-Schwert sein, oder? Ja, ich hab vier Schwerste jetzt für drei. Hast du vielleicht eins für mich, wo er gelevelt ist? Ich hab eigentlich nur normale. Ähm. Ja, das ist Rüstung, was du mir gibst. Ja, ich weiß. Ich hab's euch jetzt selber wieder aufgehoben. Ja, okay, du hast selber nochmal. Ah, jetzt satt. Ja, klar, krieg ich nur so'n scheiß scharpen Schrott, gell. Arschloch. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm, ey. Nein, 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 nein. Wir sehen. Wo? Okay. Arschloch. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, stirbt. Scheiße, ich hab nicht da drin. Wo ist er denn? Ah, da drüben. Er kommt auf uns zu. Ich hab ihn ein bisschen. Ich hol mir grad noch ein paar von den kleinen Scheiße hier. Da ist er. Ja, komm mal. Schau mal, ob der sich irgendwie heilt oder so. Dann wissen wir, wo er hingeht. Wo der jetzt den Turm noch gespeisen reingeht. Er kommt wieder. Okay, der Turm, es gibt keinen Turm mehr. Er hat sich schon lang wieder geheilt. Okay, ja, okay. Das heißt, der finale Kampf hat jetzt begonnen und wir haben nur noch 30 Minuten, um ihn zu bashen. Er ist ja bloß herkommen, ey. Ich brauch ein stärkeres Schwert, ey. Wenn du nur... Ey, du hast noch nen Knockback. Ah ja, geil, äh.